Guten Abend, ich bin mit Herrn Dr. Ackermann verabredet. Herr Dr. Ackermann ist noch nicht hier, wenn Sie mir bitte folgen würden. Danke. Guten Abend. Guten Abend für Dr. Ackermann sein Tisch. Guten Abend Herr Dr. Ackermann. Wenn Sie bitte mitkommen würden. Du? Franzispo. Wie viel ist es denn? 63. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.